Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Weiter geht's hier bei Call Island. Die Sachen sind alle noch nicht fertig, oder? Ne, sind die nicht. Äh, wahrscheinlich braucht... Ne, Schere brauchen wir nicht. Sollte auch automatisch gesammelt werden jetzt. Na, hallo? So. Ei, ei, ei. So, ihr Tierchen kommt gleich raus, auf die Felder. Auf die Felder, nachts um halb drei. So, ihr seid auch schon automatisch gestreichelt worden, das ist auch sehr schön. Jo, ihr gut. Ihr Ziegen und Küchen. So. Naja, gut, die muss ich jetzt streicheln, da brauch ich ja gar nicht. Die haben wir ja alles gerade ge... Ne, die sind geschoren worden. Ach, ja. Ja. Firma Wolle. Wolle, Wolle. Wolle, Wolle. Geh weg. Blödes... Vieh, ey. Nein, der hat meine Erntenviecher, äh, die Gala gegessen. Wolle, Wolle, Wolle... Wolle. Jetzt sieht er ja besser aus. So, kleine Wachtel-Eichen, kleine Wachtel-Eichen. Warte mal, wir brauchen mal die Milch noch für oder nicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Und dann haben wir da drei Milch jetzt für. Die große Wolle kommt hier rein. Die kleine Wolle machen wir wieder zur Kleidung. Die Algen kommen hier rein. Jetzt nehmen wir mal was mit für unsere Angebetete. Und zwar eine Kohlsprosse. Eine gute Kohlsprosse. Käferbewusstsein. Achso. Wenn ich hier esse... Achso. Essbar grüne Knospen am Stiel. Ach guck mal, hier haben wir auch wieder was drin. Jupp. Ein roter Admiral, auch wenn er nicht rot aussieht. Ist gar nicht rot. So, lass mal gucken, wo ist denn unsere Angebetete? Da ist die Juri. Müssen wir auch mal ein bisschen weiter... Also... Das kann ja nicht sein. Hier müssen wir auch mal vielleicht, äh... Du bist so nett! Danke! Nicola. Okay dann auch mal wieder. Du 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 Warte mal, hier Insekt, ach quatsch, mann, Insektenfalle, können wir bauen, oder, doch, können wir hier bauen, alle gut, zack, einfach mal so eine Insektenfalle hinsetzen, sehe ich die eigentlich dann auch, nö, die sehe ich nicht, die muss ich mir merken, wo ich nicht hingestellt habe, sehr gut. Käfer etc., ach ja, meine Angel muss hier noch, äh, abholen. Meine Angel muss ich ja noch abholen, ähm, juhu. Ähm, was hole ich denn jetzt nochmal? Verdammt! See Pulu. Ich habe vergessen, was ich wollte. Ich habe vergessen, was ich wollte. Da bin ich nicht drauf stolz. Ah ja, genau, war eben zur See, die Seekönigin, ne? Zu dem Seetempel. Da können wir nämlich einmal dann gucken, was die denn noch haben wollen würde, und bräuchtete. So, Seetempel. Altar, Süßwasserfische. Seewolfen, hm, Koi. Salzwasserfische. Okay. Seltene Fische. Okay. Habe ich, glaube ich, gar nichts von. Insekten fangen. Nochmal. Okay. Nachtinsekten. Okay. Ozeantierchen. Da brauchen wir einen Einsiedlerkrebs und eine Schirmqualle. Aha. Äh, Wintersaison. Sommersaison haben wir schon, ne? Sommer haben wir fertig. Okay, Winter. Ozeanbeute. Ah, guck mal hier. Also eine blaue Miesmuschel müssen wir noch gucken. Amerikanische Auster. Da müssen wir gleich mal gucken. Da müssen wir gleich mal gucken. Scheunentiere. Ah, wir brauchen noch eine große Ziegenmilch. Haben wir, glaube ich. Ha. Können wir gleich direkt beenden. Äh, ah, Spiegelei. Kann ich reinhauen. Tomatensuppe, glaube ich, nicht. Smoothie auch nicht. Was ist das? Gegrillter Fisch. Glaube ich auch noch nicht. Monsterbeute. Da brauchen wir nur noch die Flügel. Fruchtfleisch. Ah. Okay. Und was ist hier? Aha. Wo ist das Wachtleil? Wo ist Lama? Wo ist das? Geischer Kaffee? Schwarzer Trüffel. Die haben wir noch nicht. Seltene. Oh. Ne Schneeglöch. Achso. Die müssen aber lila sein. Wertvolle Steine. Äh. Seltene Kochutensilien. Äh. Ich würde gerne das mit den. Wann das jetzt? Das war hier, ne? Ozeanbeute. Ja, da wollte ich jetzt mal eben nachgucken. Und ne große Ziegenmilch. Die haben wir auf jeden Fall. Ne, das waren die Eier man. Das steht da dran. So. Ne große Ziegenmilch, jo. Könßen wir? Dann haben wir sogar zu viel jetzt gerade von. Oh, egal. Das hab ich fast wieder vergessen Kann ich hier mal reingucken Okay Wespe, Skalari, Käfer Kochkiste Ja, das sind die normalen Schneeglöckchen Ja Warte, 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 warte Da ist auch noch was Ach, hier ist die andere Insektenkiste Die wir gesimmt hatten Insekten Die schmeckten Mir gut So, wir gehen zum Seetempel Dann können wir nämlich die große Die große Ziegenmilch mal abgeben Ja, die haben wir nicht Amerikanische Auster und Miesmuschel haben wir gerade nicht Mist Warte mal Wann das jetzt mit der Ziegenmilch Ach da Tada Freigeschaltet, Käsepresse Ah, toll Wir haben noch eine Käsepresse Ja gut, da haben wir noch eine zweite Amerikanische Auster Gut Äh Warte mal Jetzt kann ich auch direkt Die drei große Ziegenmilchel da reinpacken Dann haben wir nämlich das auch So Haben wir echt nicht, ne Amerikanische Auster Olympia Auster Mhm Ne, haben wir nicht Haben wir nicht So ein Schmorn So ein Schmorn Jo, was machen wir denn dann Hm Äh, was braucht man jetzt nochmal für das Ah, ja, braucht man Monse Ja So Für den Honi Der Honi Ja Er produziert Honi Eins, zwei, drei Eins, zwei, drei So So So, was braucht man nochmal für so einen Sammler Für so einen Autosammler Autosammler Äh Dann haben wir das auch schon mal fertig, ne Dann haben wir in dem letzten Stall jetzt auch direkt einen Sammler Dann ist das halt so So Boom Fertig Der Streichler war ein bisschen teurer, glaub ich, ne Der Autosammler Ach, da brauchten wir goldenen Seetank Was weiß ich noch, wo der goldene Seetank war, ey Äh Was weiß ich noch, wo der goldene Seetank war Seepolu Gehen wir einfach mal da gucken Könnte auch da gewesen sein Ne Was ist das so Was ist das so Das ist aber silbernah, das ist kein Gold, ne? Hup, das ist eine Spitzenschnecke, na gut. Na gut, dann sammeln wir eben direkt silbernen Seetank, aber auch gut. Silbernen Seetank brauchen wir bestimmt auch noch mal. Wo war denn dann der goldene Seetank, da oben? Ne, diese Höhle dann? Fremder? Du bist hier? Die da? Die Palu? Oder hier? Das ist ein europäischer Aussage, ganz toll. Hier ist man schon okay. Aber wir müssen schon jetzt mal verbrauchen. Warte mal, hab ich schon wieder vergessen. Oh. Okay, hier geht es schon mal nicht mehr, oder? Und wie komme ich da nicht mal ab, okay. Oh, Alter. Okay, da ist irgendwas. Aber ich komme da nicht dran. Okay, das hier alles ist Silber. Ich habe es mir nicht gemerkt, wo Gold ist. Weil ich so schlau bin. Äh. Äh. Schalom. Ist hier die Gold? Da ist, glaube ich, Gold, oder? Gold, klar, Gott sei Dank. Und hier ist, glaube ich, Gold. Ich habe es einen Lieber, die ich Picke habe. die ich nicht in Österreich bin. Da ist es nicht so. Ich bin ja. Ich bin ja. Und da ist schon. Ich bin ja. Und da ist fertig. Sie würde. Ich bin ja auch nicht so. Ich bin ja. So, wir haben ein bisschen Gold eingesammelt, aber dann wissen wir das jetzt fürs nächste Mal. So, abzufahren. Da oben ist also dann das goldene, das goldene Kind. Äh, ist da rein, ist da rein, ist da rein. Das da rein, 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 das da rein. Was ist aber da? Ne, ich habe gar kein Glas. 10 stück brauchen das ist aber auch teuer wandert jetzt eine spitzschnecke ist er dann als insekt ich wiese da auch nicht was an labor ist das mario mario eigentlich wollte ich ja auch mal hier unsere farm ein wenig vergrößern das müssen wir ja auch noch machen mehr tiere haben können mehr tiere gleich mehr productions so kommt ins bett mit uns landwirtschaft tierzucht sehr gut gute nacht